Ja, also das ist jetzt unser Diamantziegel. Wir haben das im Vorfeld gesagt. Das ist käuflich nicht zu erwerben. Also ihr seid jetzt seit vielen Jahren Goldmitglied. Wir kennen uns ja eigentlich auch schon aus den Vorjahren schon ziemlich lange. Also die Firma Austrohaus oder Etsyhaus wird schon lange auch von uns, von mir begleitet. Und das war natürlich auch der Grund oder der Anlass dazu, das Diamantziegel zu vergeben. Das wird in einem Gremium entschieden, wer Diamantziegelmitglied werden kann. Also die Goldmitgliedschaft hat sie eh schon lange. Und es wertet uns natürlich als Verein auch auf. Wenn wir ein paar Firmen haben, wie viele Häuser braucht es jetzt im Jahr? Naja, so 230 und steigend würde es sagen. 230 Häuser. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass man auf Qualität setzt. Sonst würde das nicht so gut funktionieren. Ich freue mich, das zu ihr erreichen. Alles Liebe und denkt euch gut präsent auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.